es geht oder so sieht das aus wenn ausländer irgendwo hinfahren guck mal jetzt bitte wir sind gerade mal zu dritten dicker wohin wollen wir alle das ist die frage aber das kriegt ihr noch früher oder später raus hier beim rasieren geschnitten egal gefickt aber wieder trisch auf jeden fall wir holen jetzt den lieben sant ab wir sind jetzt schon am start hier den jungen mann haben wir auch schon abgeholt den lieben perjomain langsam geht es los ich hab richtig bock das wird anders krass glaubt mir dieses wochenende wird so wird so und den jungen mann haben wir auch gerade eingesammelt was geht was geht willkommen beim deutschen tagesshow was sagen sie zur verkehrslage also eine stunde eine stunde eine stunde noch zu den jungs das wird anders auf jeden fall ich bin schon ein bisschen müde aber was soll das lässt mich hier nicht aber er ist wie der beste ich muss mal kurz einfach am dicks arm bar bekommen von conor mcgregor weg war also und mal genau was ich habe ich habe ich habe mich ist ich habe ich habe ich habe ich habe Zu viel? Guck mal er ist reicher Mann. Willst du mir jetzt zeigen, wie viel Geld du mit hast? Der Physio von Maestus. Er ist einfach reich. Schutzgeld, Schutzgeld. Schutzgeld. Sag nochmal. Schutzgeld. Schutzgeld für die alle. Schutzgeld. Er ist so dumm, Digga. Er sagt Schutzgeld. Schutzgeld für die alle. Ja, ich weiß. Ich hab gesagt, wenn die was sagen, dann mach ich auf. Maestus Einkauf, Digga. Boah, guck mal. Pui. Jawoll. Guck mal hier. Wir können ja alles zackern, Digga. So, Digga. Der Stream von Maestus ist live. Er ist live. Warum kriegst du so hart in meine Fresse da? Der Stream ist live. Hier ist ne Kerl. Da ist ne Kerl. Guck mal, er will Handstand machen, Digga. Was ist hier los? Ich halte dich fest gleich. Was ist hier los? Alter. Gibt es ein Zehner dafür? Oh shit, Digga. Oh, oh. Da ist Eckpass die Lampe zum Wurzeln. Alter, er macht einfach Handstand. Also. Alter und Jungs, ich will ja nichts sagen, aber ich hab das schön auf dem Vlog. Ah. Geil, Digga. Guck mal, die Lampe hier oben fast runtergerissen. Geil, Digga. Das ist der liebe Schuko. Hallo. Ja, Mann. Die Jungs sitzen hier am Daddeln. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Heute wird's wild, ne? Oh, ey. Wird's wild? Wird's wild? Wird's wild? Wird's wild? Wird's wild? Wird's wild? Wer ist hier noch? Wird's wild? Jawohl. Sans macht alles richtig. Moin Meister. Was geht? Digga. Ich schwöre, das ist so geil. What's poppin? Irre. Guck mal hier. Mein Monitor. Digga, das Curve, ne? Ja, ja. Mein Monitor. Sein Curve Monitor. Elgato, Elgato. Jungs, krank. Krank einfach nur. Krank. Wild. Richtig wild. Was poppin? Man, 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 man. Ich bin echt nicht. Zack? Ich bin echt nicht. Hallo, sag. Was? 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 At this moment, Nino. He f***ed up. Es ist mittlerweile 5.50 Uhr. Ich war in der Welt. Ich war in der Welt. Der Pendek. Der Pendek. Mein Leben. Ich war in der Welt. Boah, dieses Bild ist krank. Ich will krank. Yoge, niga. Oh, s***. Alter. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Boah, niga. 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 Bruder, das läuft nie. Sehr, 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 sehr. Oh, s***. Boah. Ich f***. Das wird rausgeschnitten. Alter, niga, niga. Hat die Farben in Ordnung? Hammer. Ich sag's, sind die Farben in Ordnung? Kein. Äh, Jin, du bekommst meine Pointe ausgedrabt. Ich hab einen Bierpong hier verloren, wie man sehen kann. Hier. Hier. Oh, ich muss jetzt den f***ing verrückt. Aber Rache ist süß, merke ich das im Leben. Rache ist süß, aber diese süße Rache ist, oder? Guck mal, er trinkt genüssig und freudig. Ich hab' wie ein Gewinner, hab' ich gespielt. Wir haben dich aufgegeben, wir waren mit vier zurück. Weg mit den Schurz. Aua. Ja, man, letzter Tag hier, meistens auf. Wir sind schon nach Hause. Alle sind tot, nach Hause. Und wer muss Auto fahren, jetzt acht Stunden? Du, Brr. Oh, naja. Acht Stunden musst du irgendwie fahren, ich nur fünfeinhalb. Und ja, man, wir sind echt alle fertig. Schon von hier, Dubs und Rocket hab' ich mich verabschiedet. Und ja, man, auf jeden Fall, es war eine heftige Zeit, Dinger hier. War anders krass, so viel lange nicht mehr gelacht. Oder nicht, Breezy war krass, oder war krass? War wild, Bruder. War wild. War wild. Ja, man, war ganz krass, ganz, ganz, ganz krasses Ding. Hau rein, Naves. Hau rein. Hau rein, Crysis. Wir hatten schon. Hau rein, Turn. Möchtest du den Vlog banden? Möchtest du noch was Schönes sagen? Nein? Die wollen dich nicht mitnehmen. Filmst du, Dinger? Ja, Mann. Warte mal, Resultat, wie war das hier? Sprachlosigkeit passt auch, ne? Das Geilste ist heute. Seht schon auch. Pölsch hat Bock. Alle, absolut down. Down ist kein Begriff mehr. Lass mal ab nach Hause, Dinger. Abfand. Biss da. Bring down. Leute, ich hab mir was ganz, ganz krasses geholt. Was ganz, ganz krasses. Wollt ihr es sehen? Wollt ihr es sehen, Dinger? Vor allem, ihr müsst so denken, ähm, ich war ja in Bonn. Bei dem lieben Chuko mit den ganzen Jungs. Da haben wir ja einen 30 Stunden Stream geballert. Und ich hab da meinen Monitor vergessen. Oh, deswegen musste ich mir einen neuen holen. Passt auf. Aber so ein Brett hab ich mir geholt, ne? Passt auf, hier, zack. 240 Hertz. 0,5 Millisekunden Reaktionszeit. Curve. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Was für ein Ding hier? Oh, Baby. Oh, der ist ja doch der Aal. Oh. Oh. Da ist doch der Aal. Da ist er doch der Aal. Oh. Oh. Komm raus, Schatzi. Komm raus. Oh. Oh. Da ist er der Aal. Oh. 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 Da ist ja der Aal, Alter, ufff, da ist ja der Aal, Alter, ufff, wie sexy sieht der bitte aus